Jo Leute, willkommen zu unserer Night's Day und wir starten heute mit FIFA. Jo, FIFA. Wir wollten ein Spiel machen und nachstellen. Ja, und das ist jetzt ein anderer Talent von einem Tablet. Und wir können noch Musik reinbauen, weil es überhaupt drauf ist. Ok, Fortuna, das würde doch wegen... Jo. Ich schreibe in die Kommentare auf, welche Cam besser ist die vom Tablet oder vom Handy. Ich bin Düsseldorf. Und diesmal ist der andere am Country. Aber ich bin ja bei dir. Ja, und morgen kommen wir mit PS3 mit Käser. Wir haben schonmal einen Test gemacht. Ja, legt das? Nein, das legt nicht. Man sieht die Figur nur ein bisschen undeutlich. Tchuuu. Die Mitte legt unermal. Ja, also das ist noch Test. Bald kommt auch ne Cam und ne Computer und so. Nur kurzfristig. Ja. Sieht man den Ball überhaupt? Nein. Der Ball ist weiß. Da ist schon... Ja. Ich find die Augenhäuser. Ich find die Augenhäuser. Ich find die Augenhäuser. Ja. Plus Minus. Ja. Und wahrscheinlich kommt auch bald mit Musik. Weiterbeide. Ohne Musik würde ich einfach gar nicht. Es gibt keinen Grund, den ich einfach nicht zu sehen. Schau einfach in die Kommentare, ob die Musik was. Ja. Und welche Musik? Warum? Die haben da schon welche. In France. Ja. Kannst du was anderes sagen? Von der M&M? Ja. 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 Deine kann mir so kackeln. Mit iPad man soll. Einmal was besser erkennen. Einmal was besser erkennen. Hm. 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 Ja. Wir haben auch noch andere Game... Ich hab keine. Wir haben noch andere Gameplays. Wie du es legt. Hm. 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 Ich muss schießen. Ich muss noch nicht so einen Taten mit deinem HD-Camp. Wie schlecht. Wieder 1-0 jetzt. Wahrscheinlich kommt auch bald mit HD-Camp. Wir sehen. Aber das ist gut aus dem Buch. In der Afrika. Hm. Das war's. Ja. Das ist einfach. Eigentlich war's. Einmal was. Das ist echt. Die Posten go to the Haylanta. 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 Tschüss. M&M is half an, if you are right. M&M is half an, if you are right. M&M is half an, if you are right. Wie lange dauert es denn schon? 4 Minuten. Willst du erst mal eine hd-cam machen? Nein, das ist die hohe Daten. Du siehst so aus wie eine Cam aus den 80er Jahren. Hast du Skype gebraucht? Nummer? Nein. Mach mal eine Anfrage. Ja. Damit kannst du noch welche enden. Ja, wir könnten auch hd-cam machen, aber es würde zu viel MB ziehen. Also, sorry. Wir können uns das nicht leisten. Ja. 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 Ja, da kann ich es nicht. Wie lange dauert das Video? 60 Minuten. Ich hoffe, ihr könnt nur 5. Morgen kommt 5. 5. 5. Das ist nur Naruto. Ach du Scheiße. Scheiße, Alter. Wollt ihr Naruto sehen? Wollt ihr Naruto sehen? Das hat dir die Kalle in diesem Moment dran. Hm? Wie rede ich das aber denn? Ich bin sehr dank. Wie hat das? Also falls ihr Naruto wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir spielen gerade PS2. Ach du Scheiße. Ultimate Ninja Storm 1. Naruto. Also wir haben das Spiel ausgeliehen. Das legt das legt voll wenig. Wir haben das Spiel ausgeliehen gekriegt deswegen. Alter, warum legt das so wenig? Das legt gar nicht. Normal kann man jetzt. Gar nicht, Juni. Guck mal jetzt wie das in der Ecke mal jetzt. Der kriegt gerade mega lachtlich. Ich weiß auch nicht warum. Das ist recht. Was findest du besser? Pro Erwürschen Zocker oder FIFA? Hey Berkel, was findest du besser? Der ist berghalt. Du? Oh. Was findest du besser? FIFA. Viel? Nicht viel. Nicht viel. FIFA hab ich allgemein in den Jahren verschlechtert. Und PS. PS, keine Ahnung. Ich hab das noch nie gespielt. Ich hab einfach nur eine Saga Fremd gestrickt. Oh Gott. Oh Gott. Im Grunde alle hätten jede Minute durchgehoben. Und dann hat man irgendwie zwanzig nur gegen diese Manchester gewonnen. Im Profi-Modus. Scholl. Wenn wir lieben zwei, drei, vier. Das ist echtes Fußball. Was? Ich hab ja gewonnen. Da gab's nicht. Da war der Spielfeld so drauf. Die Wiese da war grau. Ich hab schon viel lang dauert eine Halbzeit. Sind wir fünf Minuten? Ich bin einig, aber da etwas besser. Aber du willst dich nicht stärken. Kannst du dich nicht mehr spielen? Es ist ein Mann, du hast es sehr toll, aber ich zлуge. Und der ist dein Mann, bei dir allein der Mutter. I-I-I-I, dein Mann... Ich verstoß schon, ich verstehe das. ich nehme es auf das ist dann das ist dann Ich hab jemanden gerade übelst, ohne mal krachen. Wenn das nicht, gerade ohne mal. Das hat sich angehört wie ein Furz, also. Ich kenne nicht mehr einen Spieler von der Füße. Das ist auch nicht fair. Ich hab's nur London gut. Ja. Ja? Mhm. Nein, Alter. Du bist der beste Fortuna, oder was? Normal. Das glaub ich dir selber nicht. Ja, warum? Elf Minuten. Ja, okay. Ja, ich hoffe, ja. Also, da habt ihr ja mehr vom Spiel und von der Benötigkeit von uns. Und Grafik. Und Bildqualität. Irgendwie 150 Spiele oder so. Untertreibt man nicht. Guck mal, ich mach mal was ich für Tricks kann. Die Figuren sind nur irgendwie übeteilt. Soll ich Überschläge machen? Übernimm keine Haft für Augenkrebs. Und jetzt. Ach. Ich will Tricks machen. Ja. 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 Ich hab' gelegt. Nein, Mann. Ich hab' gar nicht. Ja, Mann. Guck mal. Ne, besser Trick. Mann. Oh. Wie sagt ihr? Und das? Okay, die. Wer kann jetzt wo es jetzt? Nein. Wer kann jetzt wo es jetzt? Nein. Jetzt kommt alles vor der Wettung. Ich bin niemals auf der Wettung. Ich will... Geh' mal weg, Mann! Ich hab' mal weg, Mann. Dix mal weg. Ich hab' die Aufnahme cool. Nein. Ich bin eigentlich alle hegen, so. Voll schlecht grafik. Das ist qualität. Nein, ist die grafik. Ich hab' die grafik nicht 100p und so. Wie das ist die qualität. Was heißt denn B? 3. Füße. Böse. 150 Böse. Boah, die haben mich voll fertig gefangen. Geil, Hauptsache haben wir es nicht verloren. Nein, ich mach den. Nein, sieh jetzt noch wieder. Lauf! Nein! Schlepp! San Diego. San Diego Spongebob. Du kannst nicht mehr. Also gut, kauf dich den immer. Ey, bald kommt Sydney Semmer. Der wird kommen. Und der Torwart von Fortuna Düsseldorf. Jippie! Aber die Aufnahme ist noch nicht zu Ende. Normal. Eine Aufnahme wird immer 15 Minuten. Wir gucken, ob sie noch spät in Toren sind. Der will um den 5. Minuten, also. 85. Ballbesitz. Die Gegner hatten den Ballbesitz. Ah, 14 zu 12. Ich hab noch nicht mehr die Tore geschossen. Merk recht, die Spieler hier sind gut. Einer von dir wurde verhetzt. Jetzt kommt die Tore. Tink ist gut. Pardec ist gut. Und Brücher ist gut. Und von denen ich schüttelte. Okay. Das war's dann nur Aufnahme. Tschau. Tschau.